Was war der Hauptgrund? Der Hauptgrund war das Finanzielle, weil bei uns ist es sehr teuer. Und zweitens eine Schweizer Firma, das sagt schon etwas. Und dann gab es noch einige Tage Ferien, das ist super. Ja gut, ich wurde gut beraten und dann hat man einfach diese Lösung gemacht, die ich bezahlen konnte und dann los. Ich habe etwa drei oder vier Implantate. Also wir haben nur die schlechten Zähne ersetzt und es sieht so aus wie vor 20 Jahren. Die Zähne funktionieren, ja. Und die Beratung ist gut, ja. Und die Ärzte auch. Gut, ja. Keine Reklamationen.